Schraubschlüssel holen, komm. Das möcht ich dir noch kurz machen. Hey, du, ich muss raus in der Früh. Also noch 10 Minuten, dann hör mal auf. 10 Minuten? Ja. Ich sag's dir, 10 Minuten, ich drück also dafür. Ja, wir müssen halt bei dem nächsten Kontrollpunkt dann auch. Also das schaffen wir noch, komm. Den Ausbau aus dem Gefängnis müssen wir auch noch schaffen. Ja, gut. So. Wie gesagt, weiter geht's dann am Samstag für alle, die gerade zuschauen. Und da wird man dann auch, denke ich mal, fast das durchspielen können. So wie ich's gehört hab, so estimated playtimes in 5 Stunden und nochmal was. Ich glaube nicht, dass ich noch ein Lathe benutzt habe. Jetzt ist das, was ich nenne, ein Stück der Maschine. Hey, quiet. Und try to concentrate. What the hell are you getting so stressed out about? Listen, if I don't do this right, they throw me back in the laundry room. So? Laundry room, this room, they both suck. Careful, looks like that could take your finger off. Could? It already has. Hey, I heard that. Watch your mouth in there. Yeah, yeah, whatever. Just give me one of these. So, do these tools ever go, uh, missing? Sure. All the time. But, uh, what about the metal detector? Yeah, people figure out a way to get past it. This piece, I'll get my hammer back next week. I can still hear you. Hey, what do you want? What do I want? Yeah, what do you want? Ähm, ich hab mal ne kurze, ne, Arbeit an deiner Einstellung. I want you to turn down that attitude a little. What attitude? I don't have an attitude. See? There you go, get it. Come on, man, I'm just trying to do my job. Oh, 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 oh. Then geh ich mal. That's gonna be a problem. You know the drill. Aye. Aye, Vincent. Get on the other side and help me. All right. Alles klar. Dankeschön. Ja, was machen der da? Bist du dumm? Hallo. Ich bin doof. Hey, yo. Hey, boys, there's a problem. What is it? Let me show you, come on. Let me show you, it's over here. What's going on? There's some kind of a drug deal going on downstairs. You need to check it out. Let's go. Let's go. All right, step aside. Let's go. Fish goes. Shake down. Up against the bars, inmate. Did you hear me? I said up against the bars. Let's go. Inside. Not here. You should hide it somewhere else. There's gotta be a better place, to hide it. Das hat keiner gehört. Die Teams hat die Rados das Brot nicht auf Schandfestigkeit gerufen, sondern nicht vor allem ihr. Das ist ne Pfeife. Oh, du willst mir. Heute ist Donnerstag, ne? Ne, dieser Dest, dem treue ich nicht über den Weg. Du bist Harvey. Peotadeo. Du bist die Schützendrufe. Also für alle, die gerade noch zuschauen bei einem guten Test. Wie ist Alex? Also, wie ist Alex? Oh, es ist sechs Monate lang. Er misset dieses Falsch. Ich will das Bildquartier, also ich brauche den Thron raus. Blub. Leider gab es an dieser Stelle eine technische Störung mit dem Thron. Mein Sohn ist gut. Er hat vermutlich sowieso nicht so viele angucken, zwei, drei Leute. Genug? Ja. Ich bin mit ihm gerade auch Zeit mit Ötosu. Ich bin mit ihm gerade auch Zeit mit Ötosu. Son of a bitch. Son of a bitch. Ich würde gerne einen Telefon machen, Sir. Los geht's. Da scheint jemand schwanger aus. Ja. Carol, warum ist sie hier? Oh, das sieht man sehr fett. Ich bin jetzt nach Hause, erwartet unser Baby. Bitte, ich las dich in der Telefon. Nein. Ich habe darüber gesprochen. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe nichts zu sagen. Du bist in prison. Ich werde bald raus. Hör auf dich, Vincent. Das ist nicht, wie du bist. Ist das, wie du, dass dein zukünftiger Kind dich erinnerst? Nein. Aber ich muss mich über die Situation von Harvey. Carol. Du kennst, dass er Gary hat. Er war meine Familie. Mein eigen Bruder. Ich weiß, dass du ihn möchtest. Aber du kannst ihn nicht wiederholen. Du kannst dich nur wiederholen. Du kannst dich nur wiederholen. Du wirst du das tun. Ich muss das tun. Ich kann nicht glauben, dass du, Vincent. Hallo? Hallo? Ah! Goddammit. Goddammit. Wie lange geht das Loch? Danach machen wir aus. Nach der Sequenz. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und ob wir diesen Ausbruch schaffen, sehen wir dann am Samstag. Und am Samstag in unserem nächsten Stream. Wer das Video gerade noch vor dem Samstag schaut. Also morgen am besten. Oder über den Samstag verteilt. Samstagabend geht es weiter mit A Way Out. Und dann schauen wir mal, ob wir ausbrechen können und den bösen Harvey töten können. Und dann kommt er auf der Straße oder uns an ihm brechen. Was auch immer. Weißt du was, HW gerade erinnert? Hm? Kennst du... Wie heißt das eine andere Spielloch, wo der HW vorkommt? Äh, Edna? Ganz klar. Wir müssen uns jetzt endlich HW an HW schreien. Hast du den Wren? Ja, aber einfach nicht drücken, okay? Sind Sie wunderschön? Du denkst, ich werde das wiederholen machen? Ich hoffe, wir müssen nicht. Wir müssen sogar noch ein Stück weiter machen. Weil sonst müssen wir den ganzen Scheiß noch mal angucken beim nächsten Mal. Wie ist das für Apple? Ich glaube. Dann machen wir das halt kurz. Ist ja nicht schlimm. Jetzt, das kriegst du noch hin. Also, wir machen. Noch kurz weiter. Ich kann nicht glauben, dass ich in diesem Scheiß wieder rauskomme. Es ist nicht vorbei, bis eine starke Frau singt. Oh, sie wird singen. Vertraue mich. Ich hoffe sicher. Jetzt stell dich mal zu mir. Wir können mal gut beenden. Stell dich mal zu mir. So, dass wir beide in der Kamera sind, warte? So. So. Und ob wir das schaffen, sehen wir dann am Samstag im Stream. Also, das ist gerade ein kleiner Cliffhanger natürlich. Die Testaufnahme. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Nein. Dann lassen wir uns das. Das letzte Wort. Nö. Nö ist nö. Piotadio. Nö ist nö. Ja. Hallo, meine Zuschauer. Hallo. Hallo. Ja, bis gerade eben noch nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Ist ja unmöglich. Ach, wir sind ja nur oben stehen geblieben. Nö, stimmt. Ich muss mal kurz raus tappen. Hast du dich rasiert? Ja. Nur nicht drücken, okay? Hast du dich rasiert? Ja, ich hab' dich rasiert. Ja, ich hab' dich rasiert. Wir waren das weg. Das ist dir gut aufgefallen. Das ist dir gut aufgefallen. Ich hab' mich rasiert. So. Gehen wir zurück ins Spiel. Wow. Ist so anstrengend. Ja, warte mal. Hier. Sag mal gestern schon mal. Beziehungsweise letztes Mal. Ich weiß. Was? Seit wann kann man das im Knast sich rasieren? Na ja. Hör mal. Kannst ja auch nicht rumlaufen. Du wirst auf dem Stuhl gehockt. Und da kommt der nette Fan mit dem Rasierer. Eben. Da wirst du richtig rasiert. Da hast du richtig Probleme. So. Und damit sollen wir uns hier aufstellen, für deine Wiederaufnahme. Kurz, wo wir angefangen haben. Nein? Okay. Dann geht's weiter. Ich bin da hoch. Guck mir nicht auf den Arsch. Ich hab' vergessen. Hey, geh mal zu. Ähm. Sorry, Baby. Ich bin gerade ausgetan. Mir hat's gerade so eine dumme Meldung gegeben. Von. Starten sie ihre PC neu. Ich hab' erstmal gesagt. Nein. Warte, ich fang' nicht auf. Warte. Hey, ich kann meine Moss. Ach, das ist nicht wieder im Spiel. Oder jetzt wieder. So. Hey, du hast dich vorgedrängelt. Und. Du. Du wirst ja nicht durchs. Das erst da, bitte. Ist das okay? Sie ist gut. Sie ist gut. Sie haben die Auto rückwärts? Nein, nein. Sie hat die Auto rückwärts? Nein, nicht nur. Ah, ich habe mich verletzt. Psst, Vincent! Komm schon! Bereit, okay? Sie ist vorbei. Vincent! Komm schon! Nicht so. Du bist so eine Scheiße. Kappelspiel. Okay, ich gebe das Kommando. Jetzt! Psst! Hey! Immer beim Donner. Pabblepapp. Schönes Ding. Da gehen wir hin. Dann lass mich hin. Hey! Von der Wardens Office. Den müssen wir doch gar nicht holen, oder? Hm, glaube auch nicht. Komm schon. Komm schon hin. Versch weg. Alles klar. Komm schon hin. Komm schon hin. Komm schon hin. Let's go. Boah, bist du schon bist, aber schwer geworden. Sorry, im Knast halt, ne? Knastfraß macht dick. Komm schon hin. Komm schon hin, Mann. War das wirklich notwendig? So. Ja. 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 Ein Vogel! Hier geht's, Mann. Mach Spaß da. Leil. Klobusspiegel. Ich hab grad'n Vogel freigelassen. Jetzt ist er vogelfrei. Hallo. Hallo. Oh, ich will, ich will telefonieren. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Achso. Ich wollte doch telefonieren. Ich hab' mir verschenkt. Ich hab' einen Verschirmt halt. Geh' nicht rein. Geh' raus. Hm. Ich weiß nicht, ich muss mich alt sein. Du bist alt? Du bist nur trinkend. Okay, hier geht's nicht hin.